Also ganz einfach zu erklären, wie Kung-Fu ist Ideologie. Also ich bin jetzt in drei Zeichenwort ein Beiler gerückt, wie das in zwei Zeichenwort freiner Schuhschuh. Do-Kong-Zio war das, das ist der Zio-Ren. Soll ich auf Zio-Ren, dann soll ich immer Do-Kong-Zio betonen oder ein Zwei-Zeichenwort dazu. Jetzt bei den Zwei-Zeichenwort gibt es ein Zeichen dazu oder drei Zeichen dazu. Wo da drei und ein umrahmt ist oder drei und viert ist und das vierte und nochmal die drei. Aber eben nicht, wie im Militär-Busismus nur die vier. Sondern Richtung neun für drei. Für neun über acht für drei. Einen drei, Tusch wenn sie Schuhren denken na, sie heißt Na, Schuhren, Na, Schuhren, Na, Schuhren. Schuhren, Schuhren. Schuhren So, dann hatte ich heute Morgen so'n Ding, ich werfe das Handy an und da ist so inzwischen eine Software zwischen Anschalten und Anschalten und da piept das China rum, will wohl ändern. Und dann komme ich in so'n Feld rein, da kann ich Schriftzeichen malen, standardisieren und die gehen dann links und rechts in die Kästchen rein, die sich so auf. Das ist echt so'n Software für chinesischen Computer, also ich werde so mit dem Finger gemalt und dann so ordentlich da reingedruckt. Konnte ich auch runterschalten und auch bewegen und Farbbild, dann hat er auch gefragt, wo bin ich Testbilder und so und ich bin noch nicht rausgekommen. Und dann bin ich da irgendwie einer winkt und dann komme ich da raus und der gewunken hat, sag ich komm noch mal wieder rein, ich weiß nicht, da muss man dann in die Software, die Hardware rein und die ist ja eigentlich nicht örtlich, also die örtliche Software die ist eigentlich geschützt. Und dann kamen die ganzen Schützer an und genau da die Sicherheit verkaufen, die sorgen dafür, dass man dies nicht braucht und dass man verstrickt ist und dies und das braucht man aber und das ist dann angeblich die Spion, das was man braucht und das was die einem verkaufen wollen als Sicherheit, also dass man eigentlich selbst bescheuert, ändert dann wirklich das Programm, aber auch nur so Haltwege, also wie plötzlich erzählt hat mit dem Kaffeehändler und dem Terrorismus so ungefähr. Und 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 ne. So zwei Zeichenwort gibt es ja auch in Schindby, in Goldener Pinsel und da bin ja auch die fünf Eingeweide in zwei geteilt. Auch für den Kreditschismus vom Sattache Zitat eben. Den Zinken halt unter die drei Zeichen oder den Titel über den Namen. Seine Zehn ist unter siegen und der Name selber als neun und trainiert sich. Das zwei Zeichen selber wurden nicht trainiert sich, sondern den eigenen Weg halten und in den eigenen Weg einbauen gehört ist und gesagt ist und sich damit in den großen Weg einbauen oder woanders einbauen. Kein zu sein, dass der große Weg nicht so in so einer riesen Okkupation ansaugert. Man kann dann auch versuchen den ganz großen Weg in den Tageszeichen einzubauen und dann kommt natürlich sowas zusammen wie das Zeichen hervor, was ziemlich lange gehalten hat. Du, Kung, Siu. Dann fehlt dir dein Schlusswort, das ist nicht Basta. Siu ist Basta und Si ist Schlusswort. Und Kung ist Klarheit und Du ist geklärte Klarheit. Warum ist nie dauernde! Ich sage gut nachher drin, dass wiroirs verkehrt machen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es wird auch eine schwierige Stellung geben, zum kleinen Affen, zum Paradeaffen. Hier haben wir aber keinen Fallen in der Hü-hung, 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 Hü-hung.